hallo und herzlich willkommen der nrwboy 18 und ja genau und das kamera ja wir machen weiter bei tony tough and the roasted tony fru tony tough und die gerösteten rest habe ich in monate month keine ahnung ja nichtsdestotrotz wir machen nach langer pause hier tatsächlich weiter ich habe gestern der abby beenden können leiten geht auch sehr gut voran da haben wir vielleicht noch drei vier fünf videos dann ist das let's play together dann auch tatsächlich vorbei und die neuen let's plays die liegen auch schon hier also ihr könnt euch freuen so aber jetzt hier zurück zu tony tough haben wir ja im letzten teil eine sehr lange unterhaltung mit diesem kapitän gehabt und ich hoffe mal dass wir uns jetzt hier ein bisschen umgucken können also jetzt muss ich wieder umdenken moment ein fass fischstäbchen das sind diese stäbchen aus katzenfutter mit fischgeschmack aber was machen die in diesem fass es ist so viel einfacher echten fisch zu verwenden schließlich hat er den gleichen charakteristischen duft aber er verweist hier viel langsamer fischstäbchen fischstäbchen hups nochmal hups wo sind zwei fischstäbchen moment muss ich jetzt hier drei fischstäbchen das sind drei fischstäbchen wie viele nimmt er wohl wenn ich davon noch mehr einsammle werde ich so sehr nach fisch stinken dass man mich als für menschen unverträglich einstufen wird ok die fässer was haben wir hier zweifelsohne ein hervorragender brief öffner ich habe dich lieb lieber bruder gehen wir mal aufs schiff ach du liebe zeit ach polly will einen keks nein wie geil oh wie schön ein piano piano plopsy papagei der kann nicht reden ich wette du möchtest einen cracker stimmt's der captain hat dafür gesorgt dass ich nicht mehr um cracker bettelte wie hat er das gemacht er hat mir einen zum kosten gegeben und wie zieht ihr papageien eure jungen auf möchtest du lieber nicht darauf antworten warum spuckt er so anscheinend weißt du die antwort gar nicht stimmt's na los sag doch was zum beispiel keine ahnung das erste was dir einfällt polly hat hunger was ist dein lieblings essen also für ein krabben kanapé würde ich den ausgestopften bald meiner mutter verkaufen polly liebt krabben kanapés ja halten wir das mal im hinterkopf du hast wohl nicht zufällig einen violetten hund gesehen nein aber hast du in letzter zeit einen psychiater gesehen und wirklich sehr witzig ich wette du kennst alle möglichen guten witze ja kennst du den schon ein mädchen sagt zu ihrer freundin übrigens weißt du schon dass mein mann und ich geschieden sind und ihre freundin sagt das ist ja nicht zu fassen ihr wart ein so tolles paar und das erste mädchen antwortet aber seine angewohnheiten waren einfach unerträglich zum beispiel hat er seinen tee oder kaffee immer mit der linken hand umgerührt sogar in aller öffentlichkeit und was ist daran so schlimm fragt ihre freundin naja normalerweise benutzt man dazu einen teelöffel der war gut holly was für ein fantasievoller name für einen papageien was kann man schon von einer horde ungebildeter piraten erwarten die einem gewissen willy der nur ein bein hat den spitznamen einbeindiger willy geben oder einen schwarzbärtigen piraten schwarzbart nennen wahrscheinlich hast du recht fantasie ist nicht gerade ihre stärke das kann man wohl sagen und reinlichkeit auch nicht wiedersehen bunte polly ich vermute mal das hier hinten scheint der einbeinige pirat zu sein ich kann dir versichern es wäre für ihn besser das weiter zu tun was er jetzt tut ich kenne eine einfache methode die fische zu füttern die fische das lasse ich lieber solange mein anwalt nicht hier ist na gut johu johu für schätze gehen wir auf große fahrt ich wollen nichts aus den kenten anwart denn das ist nun mal so piratenart was ist denn jetzt los Alarm kenten! Alarm! Alarm k primero! oh ! hub kleiner vogel vida! nicht schrei eine landrate will in deine kabine eindringen turning! bei den blaslöchern einer millionen blauwale Harr! noch so ein witz und du siehst dir die erwieschen von unten an ach herr jemine du magst wohl auch keine walrosse hör zu! reden dating nicht über walrosse Das könnte Ansager. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Anwalt. Das ist an sich nichts Besonderes. Schließlich ist das mein Job. Aber der Gewinner der Mitarbeiter des Monatsauszeichnung hier in diesem blöden Vergnügungspark ist immer noch nicht vorangekommen, den Preis für seine Hingabe und Fleiß abzuholen. Also kann ich nicht nach Hause gehen. Sie könnten sowieso nicht nach Hause gehen. Der Chef des Parks hat uns hier alle eingeschlossen. Wie war das? Haben Sie die Ansage nicht gehört? Nun, ehrlich gesagt, bis vor kurzem hat man hier einen Rülps-Wettbewerb abgehalten. Also... Ich bin im Bilde. Der Chef wird mir die Überstunden bezahlen müssen. Das steht fest. Und was machen Sie jetzt? Ich warte weiter auf den Mitarbeiter des Monats, bis man das Tor wieder aufschließt. Hör mal, ich komme um vor Hunger. Also erstmal richtig geile Synchronstimme, auf der anderen Seite leider zu leise. Ich wollte das Huhn eigentlich nicht mit meinem Enkel tragen. Mitarbeiter des Monats. Wieder so ein unsinniger Versuch der Gewerkschaft, die Produktivität zu erhöhen und die Arbeitsmoral der Parkmitarbeiter zu verbessern, ohne Geld auszugeben. Haben wir ein Bild von uns vielleicht, was wir da hin tun können? Nein, natürlich nicht. Sag mal, Barkeeper... Na, hier ist ja die gute Laune zu Hause. Immer mit der Ruhe. Guten Abend, Herr Pirat. Nein, ist es nicht. Wie bitte? Es ist kein guter Abend, überhaupt nicht. Es ist ein furchtbarer Abend, genau wie alle anderen. Die Welt ist widerwärtig, die Menschheit ist abscheulich und ich bin so furchtbar traurig. Ich wette, Sie sind genauso abscheulich wie alle anderen. Wenn Sie damit den Zustand meiner Unterwäsche meinen, haben Sie recht. Oh. Ähm, wollen Sie reden? Sicher, warum nicht? Ach, nö. Haben Sie eine Ahnung, wie ich hier im Park ein paar Dollar verdienen kann? Tja, Sie könnten zum Beispiel eine Benefizveranstaltung für ein Alkoholiker-Rehabilitationszentrum arrangieren. Aber wie? Alles, was ich habe, abgesehen von den Sachen, die ich trage, ist eine Perücke und eine Handvoll Kleinkram. Kein Problem. Sie suchen einen Ort, an dem die Veranstaltung stattfinden kann und ein schönes Neonschild. Und ich trommle die Säufer zusammen. Tja, das dürfte nicht allzu schwer sein. Aber irgendwie bezweifle ich, dass es funktionieren würde. Sie haben recht, ich bezweifle es auch. Es ist eine ekelhafte Welt da draußen. Darf ich fragen, warum Sie so niedergeschlagen sind? Um die Wahrheit zu sagen, es ist eine lange Geschichte. Eine sehr, sehr lange Geschichte. Eine Geschichte von Blut und Rum und einem defekten Radar. Könnten Sie mir nicht einfach die Kurzfassung erzählen? Nun, die Kurzfassung geht so. Was Sie vor sich sehen, ist das Wrack eines Mannes. Ach, vielleicht hätte ich einfach nicht Pirat werden sollen. Hälse aufschneiden, Schiffe ändern, sich mit Alkohol betäuben, das Leben an Bord eines Schiffes erträglich zu machen und so weiter. Zusammen mit dem zunehmenden Mangel an Begeisterung für den Beruf spürte ich immer mehr ein Gefühl der Unzufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen. Bis ich schließlich feststellte, dass in meiner Brust keine menschliche Erregung mehr war. Das reicht, um eine Embolie zu verursachen. Und so sitze ich hier, zusammengekauert in dieser schäbigen Bar, abgestumpft durch die grausame Gleichgültigkeit, dass ich, so traurig ich auch bin, keine einzige Träne vergessen kann. Nach all den Jahren auf sie glaube ich allmählich, dass ich gar nicht mehr dazu fähig bin, Emotionen zu empfinden. Ich frage mich, ob ich noch echte Tränen vergissen kann. Also ich finde die Konversation hier schon ein wenig sehr langatmig und vor allen Dingen die Frage ist, ist es wirklich spielrelevant, sich jetzt hier mit allen zu unterhalten? In der Regel bei solchen Spielen schon, aber ich finde das jetzt hier nicht irgendwie wirklich wichtig. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen hier die Gegend erkunden, weil jetzt, ja, mit dem Baki... Ach, da sitzt jetzt noch einer. Aus Zurück in die Zukunft. Was? Das kann ich von hier aus nicht lesen. Meine Sehkraft lässt so rapide nach. Wenn es einen Preis für den Menschen mit der am schnellsten nachlassenden Sehkraft gäbe, müsste ich ihn in Begleitung eines Blindenhundes abholen. Gut, dann schauen wir uns auf jeden Fall hier erstmal noch ein bisschen um, bevor wir uns... Ja, halt! Eine leere Schnapsflasche. Ich glaube, die sollte ich lieber nicht anfassen. Es sieht aus, als würde sie zum Bühnenbild gehören. Achso. Betrunkener. Da liegt noch einer. Unfassbar. Hältst du bitte die Klappe? Halten wir das mal im Gedächtnis und schauen uns das später mal an, weil wir haben noch so viel hier zu erkunden. Hier, Rufus zum Beispiel. Ach, guck mal. Guck mal, hier ist jemand, der sieht genauso aus wie ich. Und was ist, wenn er beschließt, mich zu nehmen? Nein. Nein, nicht das Schild. Mann! Das ist Rufus. Guten Abend, Herr Rufus. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Tony Taff und... Hey, Leute. Schnell sagt es dem Boss. Der Salatmann ist wieder ausgebüxt. Guter Witz. Also, ähm, ich suche... Kein Wort weiter. Lass mich raten. Den Ausgang. Wonach sollte ein flüchtiger Salatmann sonst suchen? Ach, du Scheiße. Kinder ist es spät geworden. Ich würde wirklich gern noch länger... Nein, ich suche jemanden, der meinen Armstall aufnehmen kann. Eigentlich nicht. Also, ich suche nämlich meinen Hund. Eigentlich nicht. Ich suche nämlich meinen Hund. Einen großen, fetten, violetten Jagdhund. Das einzige große, fette, violette, das ich heute gesehen habe, war Dave. Als er sich an einer Kugel Eiscreme verschluckte. Aha, ich verstehe. Ich mag deine Freunde. Was machen sie denn? Nichts. Die stehen immer nur da rum. Wow. Ja, ist klar. Kinder, es ist spät geworden. Ich würde wirklich gern noch länger hierbleiben und mich beleidigen lassen. Aber ich merke gerade, dass es höchste Zeit wird für meinen Ballettunterricht. Ja, ist klar. Teufel und Schneemann. Jetzt sagt mir nicht, ich kann mich mit denen auch unterhalten. Hast du einen Moment Zeit, kleiner Teufel? Entschuldigung, aber Dave redet nicht mit Fremden. Besonders, wenn sie so aufdringlich sind wie du. Ach, heille. Euer Gnaden. Wenn du glaubst, ich gebe mich mit jemandem ab, der noch weniger Haare hat als ich, bist du schief gewickelt. Aha, so viele Leute. Meine Güte. Ich glaube, hier hatten wir... Oh. Diese Tür ist abgeschlossen und der Schlüssel steckt noch immer von innen im Schlüsselloch. Haben wir irgendwas Langes zum Durchstecken vielleicht? Die Möhre. Meinst du? Das passt niemals da rein. Das passt niemals. Mensch, Sebastian. Ja, Kucklöcher. Ja, okay. Äh, wo? Da. Äh, genau. Ach ja, richtig, genau. So, das war das. So, jetzt geht's mal tatsächlich hier weiter. Organ. Ich hab Organwichser gelesen. Groß und bunt, genau wie ich es mag. Aber was tut es? Das mit dem Enzen im Vordergrund. Ach, herrje. Timothy. Ne. Ähm, entschuldige, mein Junge. Hast du zufällig? Äh, dein Date steckt ja in einem Ensemble. Trägt man das heute? Gibt es diese in ein paar... Hast du zufällig einen großen, fetten, violetten Hund gesehen? Es sah eigentlich nicht aus wie ein Hund. Mehr wie ein fettes, violettes Tier. Und ich muss sagen, es sah auch nicht besonders glücklich aus. Es war gefesselt und trug ein Maulkorb. Das muss Pentagruhl gewesen sein. Mein Hund. Das war ein Hund? Ja. Ich höre deinen Namen in meinem Bericht. Hast du... Hast du gesehen, wo sie ihn hingebracht haben? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen, als wir das Biest mit Pistazien gefüttert haben. Ich glaube, der Verrückte, der es auf seine Schultern geladen hatte, ist dorthin gegangen. War's nicht so, Dad? Ehrlich? Ich kann mich nicht erinnern, Timothy. Äh... Ui, 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 ui. Dein Dad steckt ja in einem tollen Ensemble. Trägt man das heute? Tolles Ensemble? Meinst du etwa ein Kleid? Wenn du noch einmal behauptest, ich würde ein Kleid tragen, dann kannst du die Nacht auf dem Meeresboden verbringen. Ach, was bin ich für ein Spatzenhirn. Ich habe im Topf auf dem Herd das Licht brennen lassen. Und das alles im Parkverbot. Keine Zeit zu verlieren. Alles klar. Wir kommen der Sache nach... Ach, du liebe Zeit. Biest. Sehr einfach. Ich wünschte, ich hätte so viele Haare. Guck mal, was da hängt. Ach, nur ein Kaugummi. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie... Hm, Kaugummi frisch gekaut. Der Träger dieses Gebisses kann noch nicht weit sein. Ich kann noch seine Angst riechen. Hm. Ach, guck, das nimmt er an. Ja, geil, wa? Ich vermute, ich könnte. Aber ich tue es nicht. Vergiss es. Abgeschlossen. Völlig verdreckt. Da steht, Katze vermisst. Der ehrliche Finder möchte sie bitte, lebend oder präpariert, der alten Dame in Zimmer 207 zurückbringen. Die Besitzerin bietet eine großzügige Belohnung. Ach, du... Hör, ne Maus. Oh, da war ne Maus. Oh, hast du vor dir geflüchtet? Das sieht nicht aus, als wäre es essbar. Pfeil. Hier entlang. Na, hör. Also, von wo kam ich denn jetzt? Oh. So versuchte ich es mit Thea. Aber das war schlimmer. Kapiert? Thea. Und all das, ähm... Und wie ist es hiermit? Ah, ja. Ach, Mist. Ich hasse diese blöden Belger. Oh, nein. Merkwürdig. Diese Ballons sehen genauso aus wie die, die sie für Alkoholtests verwenden. Das sind ja auch dieselben, du Idiot. Das sind die einzigen Ballons, die ich umsonst bekommen kann. Wusstest du, dass der Doppeleffekt durch die Geschwindigkeitsveränderung einer Welle entsteht, deren Ursprung zum Standort des Beobachters in einem bestimmten Verhältnis steht? Was hat das miteinander zu tun? Absolut nichts. Ich wollte dir nur beweisen, dass ich kein Idiot bin, auch wenn ich manchmal Blödsinn rede. Hau bloß ab. Äh. Was willst du denn noch? Los, zeig mir doch mal ein Kunststück. Dafür wirst du schließlich bezahlt, oder? Naja, wenn du unbedingt willst, dann könnte ich vielleicht... Wieso habe ich bloß meine Klappe nicht gehalten? Kann ich den jetzt mitnehmen? Ich bin sicher, wenn ich das versuche, wird Schmeili, der Clown, nicht zögern, mich aufs Schlimmste zu beleidigen, vielleicht sogar zu erwürgen. Schmeili? Ich bin sicher, wenn ich das versuche... Guck mal, der hier oben sieht aus wie Pluto, oder? Hat nur Leichtähnlichkeit. Zigarettenstummel. Niemals, auf keinen Fall. Du bringst mich nur dazu, die aufzuheben, wenn du mir mit Exekution drohst. Ach, da geht's noch weiter. Boah, wie groß ist das Areal? Jaja. Ach, du liebe Zeit. Bloß nicht riskieren, sich zu verlaufen. Das ist ja ein Dschungel hier draußen. Das ist ja geil. Der Kommentar war ja geil. Jetzt gerade unsere Minimap hat er hier. Ach nee, war da... Genau. Hauptplatz... Kai... Öh... Ah ja. Du hast sicher da einen Bund eingemalt. Er macht nur an bestimmten Stellen eine Notiz. Okay, gut zu wissen. Äh... Okay. Hier geht's noch viel weiter. Ach, du liebe Zeit. Was passiert jetzt? Oh Gott. Randall! Tentakel! Ich brech ins Essen. Pff, widerlich. Und das hier sieht aus wie das Skateboard von Marty aus Zurück in die Zukunft. Wahnsinn! Na, okay. Nicht mit dem Unterhalt. Ne, ach, das... Das wird mir ein bisschen zu viel. Ich will erst mal hier wissen, wo es hier... Hiermit nehme ich im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika diesen Planeten in Besitz. Ist klar. Ach, vergiss es. Muss die Fahne... Hier geht's noch weiter. Ich will jetzt erst mal einen Überblick haben hier. Leck mich am Affenarsch. Drei näher und fordere mich beim 13-Kürbisse-Spiel heraus. Ne, ne, später. Ach, du liebe Zeit. Aber hier ist tatsächlich mal Sackgasse. Das sieht schön aus hier unten. Hier sind Piraten. Ah! Ein Rundkurs. Oh, der Tunnel der Liebe. Sebastian, sollen wir an den Tunnel der Liebe? Willst du nicht erst mal mit der... Barbie unterhalten? Mit der Isabella? Nein. Warten Sie einen Moment. Na? Diese Attraktion ist nur für Pärchen. Und bis Sie ein Mädchen finden, das mit Ihnen fährt, können Sie es vergessen. Ach so. Und wo finde ich die... Wahrscheinlich wollen Sie jetzt wissen, wo die Taverne ist. Nun, offengesagt, ich... Gehen Sie in östliche Richtung, zum Kai vom Piratenschiff. Aber, aber ich... Ach, ist ja wurscht. Da war aber keine Frau, da waren alles nur Männer. Äh, schon wieder Steckbrief. Ist das wieder die Katze? Völlig verdreckt. Da steht Katze von mir. Die Besitzerin bie... Gut, dann scheint es wohl hier zu Ende zu sein, dass... Oh, Speisekarte. Eine Speisekarte. Geschrieben in wackeligem Englisch. Ich hab sie! So etwas kann ich überall finden. Es ist so heiß, meine Achselhöhlen sind ausgetrocknet. Wirklich eine ungeheure Hitzequelle. Im Entwicklungsstadium dieser Larven nachzuurteilen, muss dieses Mehl hier schon eine ganze Weile rumstehen. Ich habe diese Exemplare schon in meiner Insektensammlung. Gut, dann hatten wir hier noch... Was? Achai. Mortimas. Willkommen in Mortimas Bazaar, lieber Kunde. Eine Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Es ist die Wahrheit. Wo Objekte existieren, die nur dem Zweck dienen, billig gekauft und mit Gewinn verkauft zu werden. Ganz nach den Grundsätzen des Kapitalismus. Und so sei es. Ähm, hallo. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise behilflich sein, bei der die Gefahr der Ansteckung mit Osteomyelitis nicht besteht? Ich glaube schon. Vielleicht komme ich später wieder. Wann schließen Sie? Schließen? Unser Firmenmotto lautet, bereit, Ihnen bis in den Tod zu dienen. Oh, welch beunruhigende Annonce. Hier um die... Was? Hier um die Mütze sieht aus wie von Simon the Sorcerer. Erinnerst du dich an den Film, der vor ein paar Jahren rauskam, mit dem Typen, du weißt schon. Nun, er trug eine Jacke, die toll zu diesem Hut gepasst hätte. Und das passt auch zu Simon. Da gab es einen Film von. Ah, da gab es keinen Film von. Huh? Das perfekte Verbrechen. Wow, ich kann jetzt... Krass, ich kann mir das einfach so nehmen. Das auch. Wow. Hast du das Huhn mitgenommen? Ja. Ich brauche keinen Flaschenöffner. Na ja, es sei denn natürlich, ich finde eine Flasche, die ich öffnen will. Wenn ich versuche, ihn zu entfernen, werde ich ihn nur in Fetzen zerreißen. Oh, was tun wir denn jetzt? So, ähm, gleich. Augenblick noch. Wie, ja. Meine Lehrerin, Fräulein van Horn, hat immer gesagt, Skizzen und Malen seien meine großen Stärken. Naja, eigentlich hat sie Kritzeln und Maulen gesagt, aber da hat sie sich wohl versprochen. Tja, das muss wohl. Freunde, und weil die... Ach, hier geht's noch weiter. Ach, aje. Wally muss aufs Klo. Ich glaube, wir haben das Ende tatsächlich erreicht. Hier ist ein Kirschbaum, das erinnert mich an The Day of the Tentacle. Aber nun gut. Freunde, wir sind am Ende angekommen und wie es hier an der wunderschönen Toilette weiter geht, erfahren wir im nächsten Teil. Macht es gut, bis dann, NRW bei 18. Adieu. Adieu. Adieu.